Wir läuten heute sozusagen... Ah, das ist cool. Lass mal die Glocke genau so, weil dann bist du nicht im Bild. Aber es sieht trotzdem aus, als ob da jemand wäre. Heute lüften wir das Geheimnis. Wer ist die geheime Sängerin auf der Mr. Fabulous CD? Wir wissen es noch nicht so genau. Wir läuten heute mal den, sagen wir mal, dritten Advent ein. Und wir haben eine Aufnahmesession hinter uns. Und wir haben den Song vom Glück aufgenommen. Mit der Dani, jetzt können wir es verraten. Hallo! Genau, ein Song, den wir auch schon live gespielt haben. Beim großen Flammenhof-Konzert. Und jetzt haben wir mal eine neue Version gemacht. Im Flammenhof hat die Dani ja 1988 gesungen. Wo es 2014 war, da könnt ihr mal drüber nachdenken. Das haben sie schon gemacht. Mein Publikum denkt ja sehr viel mit. Selbstständig. Muss man aber meinen Text, muss man aber mitdenken. Schon lang nicht mehr geschlafen. Schon lange nicht geraucht. Noch immer auf der Suche. Und lange nicht verbraucht. Das Glück liegt auf der Straße. Doch wer anhält, hat verloren. Denkst du dir auf deiner Reise. Dabei hattest du gesporen, dich auch mal hinzulegen.